Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Runde Fall Guys hier auf Trend17TV, euer TV immer für euch am Mic. Schön, dass ihr wieder eingestandet habt, schön, dass ihr dabei seid. Und hier geht's heute wieder rund mit einem Fall Guy, richtig schönes neues Outfit hier mit Boxer-Outfit und schwarzem T-Shirt mit Noten drauf, so richtig schön durchgeknallt. Ganz lieben Dank auch nochmal für die Comments und Likes auf das Projekt, bitte auch weiterhin schön den Kanal abonnieren und liken, denn abonnieren macht reich und schön und begehrenswert. Und wer möchte nicht reich und schön und begehrenswert sein, deshalb bitte das Däumchen nach oben renken und wir haben wieder unser... Ach, ich will nicht dieses doofe Fippenspiel. Na gut. Und los geht's. Komm, schön vorne weg, vorne weg, vorne weg. Rüber. Wieso überholen die mich immer alle? Oh, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Jaa, Baby. Komm. Wieso? Nicht fallen. Jaa, ja, nicht fallen, nicht fallen, ach man. Wieso fällt der denn? Wieso fällt der denn da noch runter? Ich bin hochgekommen, ich bin hochgekommen. Ey, was wird hier zertreten? Oh. Jaa. Ah, der ist ein bisschen sehr skrumm hier. Vielleicht besser darüber. Jaa. Jaa, jaa. Nein! Ach, Mann. Ah. Das war... Wir waren schon fast da. Wir waren schon fast da. Ja. Komm. Mann, verpiss dich, Mensch. Ja. Komm. Ah, da ist ja noch eine Reihe Wippen. Mein Gott, wie viele Wippen sind hier denn noch? Ja. Komm, rüber. Komm, rüber. Mal schön festhalten. Oh, mein Gott. Rüber! Komm. Nein, das schaffen wir nicht. Wir müssen hier rüber. Nein, Mann! Ah, diese bescheuerte Wippe. So, komm, 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 komm. Ah. Ah. Geschafft, geschafft, geschafft. Was machen die hier für eine Party? Die halten sich hier gegenseitig fest. Das ist auch bescheuert. Hahaha. Hahaha. Ah, der wird das wohl nicht mehr schaffen hier. Das war's. Komm, gib mir mal ein cooles Spiel hier. Gib mir mal ein cooles Spiel. Hm, hm, hm. Na, was kriegen wir? Diese Sprungteil wäre cool. Wo man immer hochspringen muss. Ach, Rollfeld. Das kostet mich auch wieder Nerven hier, das Spiel. Da ist es immer wichtig, dass man Leute hat, die einen dann nicht runterstoßen. Das hat man hier eigentlich keine Probleme. Aber wenn die Leute einen hier runterstoßen oder mitziehen, dann sieht es problematisch aus. Oh, 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 oh. Hier rüber. Oh, das war knapp. Fuck. Rüber, rüber. Mann, fatze. Das sind aber auch Idioten bei. Rüber. Ha, 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 ha. Okay. Rüber. Ich kann mich gar nicht mehr sehen hier, weil das so viele sind. Fuck. Fuck, rüber. Oh. Wie sieht das hier aus? Gelb sieht gut aus. Oh. Verzieh dich. Auf blau. Wie lange muss ich denn hier noch durchhalten? Hilfe. Verzieh dich, Mensch. Ah, jetzt sollten wir rüber gehen. Oh. Und nochmal rüber. Oh, ist ja schnell. Mann. Ja. Geschafft. Hui. So, was kriegen wir für ein Spiel hier? Ausweichmanöver. Oh, das ist schwer. Mit den großen Früchten. Iiiiieiiei. Ja. 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 Ah, da gehört auch viel Glück dazu. Und wenn man nicht festgehalten wird. Oh, von ganz hinten. Komm. Lauf, 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 lauf. Ja, gleich weggesnaked. Ah, Schwein gehabt. Lauf, lauf. Oh, mein Gott. Lauf, 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 lauf. Fuck. Wow. Shit, lauf, lauf. Oh, Megaschwein gehabt eben. Megaschwein gehabt. Komm, lauf, lauf. Nein. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Mann. Das holen die anderen natürlichen. Ja. Ey, wie schnell sind die denn da durchgelaufen? Das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht der... Wie schnell sind die denn da durchgerusht? Alter Schwede. Ach, schade. Aber das habe ich auch noch nicht geschafft, das Spiel. Ja, das ist, äh... Da muss man wahrscheinlich ein paar Mal öfter spielen. So, next game. Neues Glück. Neues Game hier. Sturzball. Da verliert Gelb sowieso meistens. Da ist schon der erste drin. 1-0-4 blau. Und 2-0-4 blau. Und 3-0... Ne, 2-1. Ui. Ist halt eher ein viel cooles Outfit hier. Wie hilflos die da immer hinterher rechnen, hinter diesem Ball. Das ist so geil. Jo, der ist drin. Ah, abgehalten. Gut, gut. Guter Torwart. Ah ja, der ist drin jetzt. 2-2. Ausgleich. Pum. Pum. Wenn die immer Pum machen, ist das so geil. Das Spiel hat tatsächlich ein einzelner Entwickler hier entworfen. Ihr könnt ihr euch gerne mal anschauen. Den Entwickler, der das Spiel hier... Der hat auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so erfolgreich wird hier. Und zwar habe ich die Season 2 hochgeladen bei mir. Einen Trailer für die Season 2. Und der zeigt... Der Ausschnitt zeigt dann auch den Entwickler. Also ist ein ganz junger Kerl. In seinem kleinen Schlafzimmer. Da hat er jetzt wahrscheinlich so viel Kohle, dass er sich ein ganzes Haus kaufen kann. Und eine Villa. Ist also unwahrscheinlich erfolgreich, das Spiel. Und die schieben jetzt eine Season 2 nach. Ist aber noch nicht genau raus, wann das jetzt kommt. Aber ich schätze mal... Also spätestens nächsten Monat. Ende September vielleicht. Mitte, Ende September wird das mit Sicherheit hier eine zweite Season geben. Der wäre ja schön doof, wenn er das nicht ausnutzt. Wo so viele Leute das Spiel gerade wie bekloppt suchten. Was machen die denn hier für eine Party? Immer noch 4-3 für blau. Ach! So, wir schauen uns aber in der nächsten Runde hier mal um. Eine neue Runde, neue Runde, neues Glück. Ja, gleich ein paar Points dazu gekriegt hier. So. Auf, wie geht's? Wuhu! Wuhu, 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 wuhu! Ich finde das Outfit richtig lässig. Da ich ja so, so musikalisch begeistert bin, ist das genau das richtige Outfit für mich hier. So, komm, der Einspieler kriege ich jetzt auch noch zusammen hier. Ah, hier ist gerade Hauptsaison. Ah, Hindernisrennen. Ai, 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 ai. Okay. Ah, das wird wieder heftig hier. Oh, und der mit dieser Clip-Span da oben. Ai, 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 ai. Okay. Ich glaube, wir starten wieder von ganz hinten, oder? Wo sind wir hier? Da. Fast. Okay. Jungs, lass los. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich bin, weil es sind so viele Leute da. Lauf, lauf, lauf. Oh, verzieh dich. Puh. Komm hier schön mit in den Strudel rein. Lauf. Ja. Krass. Ja. Ja, schön in den Strudel mit rein. Sehr schön. Lauf, lauf, lauf doch. Durch, durch. Oh. Ja, und ich habe natürlich genau das Ding gerade in die Fresse gekriegt hier. Komm, hoch mit dir. Hoch mit dir. Komm, 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 komm. Ah, Mann. Verdammte Scheiße. Das war ich gerade so gut im Flow hier. Mist. Ah. Verdammter Mist. Ah. Okay, meine Lieben. Knapp vorbei ist auch daneben. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Euer Tisach. Ciao, ciao. 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 Ciao.